Ich stehe hier mit den Kollegen, weil wir uns mal so ein Highlight aus unserer Produktion anschauen wollen. Eine Servopresse 1200 Tonnen, Full-Servo. Wir sind jetzt aktuell mit der Technik, so wie wir sie einsetzen, noch einzigartig unterwegs. Wir können also jede Position mit jedem Gegendruck bestimmen, wie wir möchten. Das ist ein Novum, das hat es eigentlich so noch nicht gegeben. Mein Name ist Michael Stangier. Ich bin der geschäftsführende Inhaber der Firma MS Hydraulic. Die Positionierung ist sehr genau durch die Servoantriebe und durch die Software. Was man gut also verraten kann, ist, dass die Maschine auf 5,50 Meter während des laufenden Betriebs eine Parallelität hat gemessen. Nicht nur über die WGMS-Systeme in Echtzeit angezeigt, liegt die ungefähr bei einem Zehntel. Das ist für so eine Werkzeugmaschine in der Größenordnung schon sehr extrem genau. Also im freien Fall. Und wenn wir auf Druck fahren, können wir das auf die Spitze treiben, bis wir eine theoretische Null haben. Den Maschinenbau, den haben meine Kollegen in Italien gemacht, das ist die Firma Sigma. Wir haben, wie gesagt, hier in Deutschland diese Maschine dann eben halt mit KLB nach vorne getrieben und gebracht, weil wir gesagt haben, wir möchten da richtig Hightech einbringen. So, der Gastronomie war es, um eine sehr präzise und rechtfertige Maschine zu entwickeln. NKB hat die Technologie, um zu realisieren, solche Energie-saving-Systeme zu entwickeln. In dieser Maschine haben wir 10 F6-Drives mit über 90 Kilowatts von Power. Und wir haben auch die kleineren S6-Line mit 2,2 Kilowatts von Power. Die mehrere Motoren, die in der Systeme benutzt werden, sind die DL4-Series, IE3-Motoren. Und auch die KB-Filter-Technologie sind in der Systeme. Wir haben einen F5-Active-Infit-Converter, der das gesamte System für das gesamte System verbrauchen. Wir haben einen sehr guten Wert, den wir zwischenspeichern können, dank der Firma KLB, die uns da tatkräftig unterstützt haben. Wir sind da neue Wege gegangen. Die Matchung des Active-Infit-Converters und der F6-High-Efficiency-Drives hat eine sehr effizientere Maschine zu erreichen. Und zusammen mit dem Software und dem Know-how der Partnern können wir das Ziel erreichen. Es ist also die größte aktuelle Servo-Hydraulikpresse, die so funktioniert. Und das macht sich schon eigensichtartig. KLB ist jemand, der ein sehr gutes Produkt hat, auf dem wir gut aufbauen konnten. Und dadurch, dass wir Fachleute haben, die uns zur Seite standen, wie gesagt, wir auf Augenhöhe top zusammengearbeitet haben, hat es ja nicht nur Spaß gemacht, sondern hat auch ein super Ergebnis gebracht. Es ist ein Freude, mit Partnern und Kunden zu kooperieren, wie ein Mr. Stangier, mit viel Know-how, und wir nutzen die Vorteile der KB-Portfolio. Jetzt machen wir mal, dass wir uns erst drauf bisschen klicken können haben. Vielen Dank.